Hallöchen und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Borderlands. In der letzten Folge hatten wir so einige Quests erledigt. Wir hatten hier in den Arid Hills Moe und Marley erledigt als letztes. Wir hatten die Combat Rifle Teile zusammen gesucht. Und wir hatten Scheiße vom Ventilator geschossen. Das war eigentlich die beste Quest, die wir bis jetzt gemacht haben in diesem Spiel. Und jetzt können wir erstmal wieder schön zurückgehen und die Quests abgeben. Wenn die uns hier zurückgehen lassen, die Freunde. Ja, wenn nicht, kriegen sie auf den Deckel. Auf den Deckel. Wie einfach ist das? Lol, du hast gerade hier alles kaputt gemacht, Mel. Das ist doch gut. Du musst es sein. Direkt klar machen, wir haben hier die Post. Ich habe einen knallharten Skek gefunden. Ich glaube, bei dir Ostern oder was? Hm? Bei dir Ostern? Wieso? Weil du einen Skek gefunden hast. Achso. Sucht man zu Ostern von Skeks? Ja, wie suchst du Ostern überhaupt noch mal? So. Eigentlich könnten wir auch einfach reisen. Glaube ich. Dann mach das mal. Na, dann mach mal. Geht aber nicht. Der Hauptsache der Visi wird nochmal umgesprungen. Das musste ich erst noch abwarten. Hm, Karma. Karma. So, konnten wir jetzt die Quest hier bei dem abliefern? Oder mussten die alle woanders abgeliefert werden? Scheiße am Ventilator könnten wir hier abliefern. Ja. Ja, genau. Und die andere war bei dem anderen. Die andere war... Was haben wir denn jetzt für eine Queste ausgewählt? Nee. Nee. Let's ja. Legende von Moe und Marley. War bei wem? Dort. Und... Schnitzliak Combat Rifle war auch dort. Ach nee, hier hat man das doof. Was soll das? Was soll das? Schieb doch mich einfach weg. Ich wollte dich jetzt oben schieben. Ich muss meine Karte auf. Fahrzeug zwei generieren. So. Ey, warte. Oh, ach so. Ja, ich warte, ich warte. Schieß, schieß! Wap, wap, wap. Jo. Gut geparkt. Ja, ich weiß. Das parkt immer gut. Nein, geh weg. Ich muss die Quest abgeben. Nö, ich kann das auch machen. Ja, da sehe ich aber gar nicht, was passiert. Weißt du? Deswegen, weil das dann einfach weg ist. Für mich. Die Gerüchte sind wahr. Ausgezeichnet. Mit dieser Bezahlung erklärst du dich einverstanden, dass mir die Ehre für das Töten dieser Monster gebührt. Verarsche. Die Frauen in Sanctuary werden beeindruckt sein. Brandeffekt. Klassenmod. Verbessert Briggs Berserker Skill. Fügt Brandschaden hinzu. Neuf. Cool. Ich will auch sowas machen. Ey, wo hat es denn das jetzt hingetan? Elementar-Artefakt. Brand-Artefakt habe ich. Wo tut es denn das hin, wenn man das benutzt? Das verschwindet einfach, oder was? Ähm. Ja. Das wird jetzt denke ich mal automatisch. So einfach. Mhm. So. Das ist wie das Inventar-Ding. Ich dachte, das Letzt tut es dann im rechten Spot unter dem Shield und dem Granaten-Mod hinzufügen. Ne, ich glaube, das ist für ein Klassen-Mod. Ne, da kommt das Klassen-Mod rein. Ach, war das nicht ein Klassen-Mod, was ich gerade bekommen habe? Ne, 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 das war dein, äh, Special-Skills. Ach, guck. Geh mal in Skills rein, dann siehst du es links angezeigt, wenn du drauf geklickt hast. Oh. Ah. Da kriegt man auch Skills dazu, okay. Elementar-Affekt schickt einem Action-Skill Elementar-Schaden hinzu. Level 1. Wo muss man Brandschaden? Kein Artefakt. Brandschaden Level 1. Ach so, wenn man dann mehr findet, kann man die auswählen. Unterschiedliche da reinfügen. Okay. Gut, dann verkaufe ich gerade mal her. Was ist denn das? Das ist eine Schrottflinte, oder? Terrible Shredder. Painful Sweeper. Na gut, nichts Gescheites hier. Was bist du jetzt hier, Arbeiter-Bandit? So, was hat man denn jetzt noch für Aufgaben hier? Das ist noch Level 15, Shop-Kristallernte. Wofür müssen wir da hin? Dahin. Wir müssen nach Lost Cave. Okay, da waren wir noch gar nicht, oder? Äh, keine Ahnung. Lost Cave. Neues Gebiet? Dann wollen wir da wohl noch nicht. Ich glaube schon. Ich kann mich nicht erinnern, da durchgegangen zu sein jeweils. Oh, die Autos stehen ja wirklich gerade. Ach, hier steht das. Ah. Ich dachte, du hast schön gepackt. Hier ist geguckt. Was? Super, was macht's? Nein, es hieß. Nein, ich sache es mal. Latsch du dir leid, IIIG. Aber ich sage es nicht. Ich sache es. Oh, nein. Was? Ausparken ist wichtig. Wir müssen uns hin. Jakob-O,. Was ін für mich. Wie es aussieht. Na gut, ich warte, ganz. Und gut. Wie hättest du nach links gemusst, Visi? Ah, schon wieder. Jedes Mal war ich hier falsch. Nicht Kanada, Visi. Egal, wir reißen ja eh dahin. Da wirst du ja automatisch mitgereist. Ja stimmt. Da reißen wir nicht einfach mit. Ja genau, reißt mich mit. Kristalle, übst du Wortwitz kennen? Ja die Wortwitze sind immer gut von mir. Ich verneige mein Haupt vor deiner geistigen Leistung. Oh was ist denn das? Krabbenwurmlarve. Was? Ne, guck mal da hinten. Was? Super, ja hübsch hübsch hübsch. Mal sehen was die machen und wo die... Ok, dort ist auf jeden Fall kein Crit. Bestimmt im Hintern oder so. Ob da gibt es das nur in Teil 2 so oft. Ah, nicht am Hintern. Keine Ahnung, ich treff die kritisch, aber frag mich nicht wo. Check. Im Auge glaub ich. Im Auge glaub ich. Im Auge, aha. Ok. Sollte man eigentlich als Sniper treffen? Oder halt am Kopf ganz normal. Ach, wie lief Nefer zu sehen. Wehe Viecher. Ja, jetzt hab ich sie auch irgendwie kritisch getroffen. Wie, du hast schon wieder den Dremel gehabt. Wahrscheinlich nicht wirklich. Aber jetzt hab ich... Ich helfe euch ja 10.000 mal auf, wenn ihr sterbt. Ach, jetzt hab ich die da auch gesehen. Das ist immer Bonus-EP. Da hab ich sie einfach getauscht. Guck mal, jetzt sind noch ein paar... Ähm... Ne. Mal sehen, ob es Neues gibt. Ey, jetzt schon 5 von 50 Kristallen. Wie, sie hat auch ein Level Up. Bin die nur ich? Ne, ich hab... Oh man. Ne, ich hab kein Level Up. Ne, ich hab kein Level Up. Ein Level 16. Ja, stimmt. Boah. Ich dachte. Wir werden Level 16 aufgelevelt. Mhm. Auf Level 16 aufgelevelt. Abzähl ich den Scheiß. Ähm. Lass uns ja erstmal hier rechts rum gehen. Wie macht der denn so viele Schaden? Ich weiß nicht. Oh, guck mal, da buddelt sich in den Boden rein. Der ist ja geil. Der kann was. Oh, juhu. Junge, Junge. Die hatten wir ja schon... Hm. Ich bin auch schon ein bisschen weiter gelaufen. Nein, ich bin rechts gelaufen. Ja, sag doch. Ne, nicht weiter. Eher zurück. In dem Fall. Hallo? Oh, die bist du sicher, ey. Boah, ist Feuerwaffen gegen die. Dann geht's. Feuerwaffen geht's. Toll. Keine Person mehr. Dann nimm deine Faust. So wie ich. Ich seh absolut nichts mehr. Dadurch, dass ich jetzt Feuer-Effekt hinzufüge. Ich seh's absolut nichts mehr. Vor mir brennt einfach der ganze Bildschirm und das war's. Boah, viel macht vier Schaden. Ja, ich kill derweins die, Anton. Ja, ja. Das ist auch so ein Kristallvieh, ich glaube ich. Ja. Wie hebt man die denn auf? Äh, du musst die kaputt schießen. Jawoll, auch leider ab, endlich. Ich krieg das nicht hin. Ja. Ja. Öfter. Dann fallen die auseinander. Und dann ruhig, bei den Skeks mache ich vier Schaden. Bei den... Fall, die haben wir einen von... In dem anderen waren fünf drin, in dem jetzt nur eins, oder was? Oh. Ach ne, da liegen noch welche. Okay. Okay. Gar nicht gesehen. Ich muss erst mal wieder einen Mund in die Schaden kaufen. Ja, ich auch. Auch noch so eine Krabbe. Habt ihr nicht drei verschiedene Waffen? Ja doch, aber... Ja, das geht immer ziemlich schnell. Aber wie wir. Und ein davon ist Raketenwerfer, der hat irgendwie nur vier Schuss. Deswegen nehme ich nicht gerne Raketenwerfer. Die können einem einfach durchaus mal das Leben retten. Ja, das kann doch sein. Aber dann, wenn man vier Slots hat, kann man einen mitnehmen. Aber bei drei Slots finde ich das immer noch ein bisschen knapp. Weil ich komme immer gerade so hin mit meinen drei Waffen, wenn man durchwechselt. Ja, du, bei dir, Sau, egal. Du hast ja dreimal die gleichen Waffen. Was? Nein. Ja, aber du hast dreimal die Nahkampfwaffe. Ja, Maschinengewehr, ich habe SMG und ich habe eine Pistole. Ja, das ist dreimal eine Nahkampfwaffe. Ich habe einen Sniper, ich habe einen Nahkampfteil und ich habe einen Raketenwerfer. Ach so. Ja, und? Ja, mit dem Sniper bin ich im Nahkampf ziemlich von Arsch und mit dem anderen nur offen fahren kann. Also, habe ich im Endeffekt bloß eh eine Waffe, die ich nutze. Verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Ich habe keine Granaten mehr, das ist ziemlich nervig. Wodurch habe ich nicht mehr diesen Level abgekriegt? Ähm, ich habe so einen Krabben-Titel getötet, ja. Ach so. Juhu, Granaten Okay, jetzt während meinem Pacewalk ziemlich viel Gesundheit, das ist sowas ziemlich cool Jawoll Habst du sogar mal kritisch getroffen, obwohl ich's noch nichts angezeigt hab Ne, das war ich Ne, die Worte warst nicht dran, Kenny Alles klar Ich hab den zweimal kritisch getroffen, der war tot Ach man, ne Wurde Wie sich schon mal befreut hat Ach, wie sie Das war so'n Crystal Vieh Ich glaub gegen so Tiere und sowieso ist ne Hunter total nix los Du brauchst nur einfach die richtigen Elementarwaffen auch Die Männchen ist echt geil Ja, den Menschen kannst du halt besser Headshot machen als den Tieren Mensch, geh mir noch ne auf den Sack Aber zum Beispiel gegen die Skeks hier ist Feuer zum Beispiel voll gut Ja, aber ich mach gegen gar nichts schaden Doch, guck Du hast die grad total verbrannt Oh nein Ja, mit meinen Pacewalk-Dingen Aber das kann ich ja nur alle 10 Minuten machen quasi Au Au Ich seh nix, mein ganzer Bildschirm ist weiß Super Sache, das mit dem Mit dem Feuerschaden mit klein wenn ich zuschlag Oh nein, Feuer ist geil In Ernst Ah, es ist wieder so laut grade Ich versteh das nicht Ich seh ganz blit schon schwarz Oh Das ist ja passiert ey, das ist unnormal What? Aber wenn ich den Knallharten Feuerstack schon getötet? Alter, der Lärm! Keine Ahnung Ja, da kommen ja auch 10 Stück auf einmal davon Ey, nicht bloß Ey, das waren jetzt echt 4 solche Teile Oder? Wie muss denn da, wieso muss denn das so laut sein? Nein Ach man Das ist echt sinnlos Gott ist nicht an Klassen Mod Jäger Ne Was? Verbessert Mordecais Bloodwing Skill Fügt Brandschaden hinzu Hier guck Habe ich doch schon Ach das hast du schon Vielleicht macht das mehr Brandschaden Ist auf jeden Fall eh nur was, was du benutzen kannst Das solltest du auch einsammeln Jaja, klar Hier liegt noch irgendwas rum Soldat Hm Ähm Wo bist du? Hier, hier liegt's Wisi Tja, als Soldat hat leider keiner gestartet Und hier ist noch Sirene Ja, das ist sowas Wie wir grad eigentlich schon meinen Ja, ich glaub das ist nochmal genau das gleiche Ja Was hab ich jetzt eingesammelt? Er ried ja ein Brand-Effekt Ach ne Man Dafür kann ich's teuer verkaufen He 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 Wir suchen einen Brand-Eintritt raus Und das ja Wo ist es hin? Soldat Sirene, Entschuldigung Ausversehen eingesammelt Nicht gesehen, das ist Das sah aus wie Geld Ich hab's doch doch vorgelesen Du siehst aus wie Geld Jetzt liegt doch wieder dort Jetzt chill doch mal Egal Egal, nehm's halt mit Oder ich nehm's mit Oder ich nehm's mit Ne, es liegt doch dort Oh nicht verhindert Uuh, was, 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 woh, 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 woh Ich mach sogar recht viel Shade mit Nahkampf nur Also nur Nahkampf, nicht mal dem Spezialen Nahkampf da. Ja, ich mach gar keinen Schaden. Die Effekte sind manchmal so belastend, weil du einfach gar nichts mehr siehst. So wenig HP hast. Warum komm ich denn nicht an dich ran? Ich bin schon dabei. Jetzt liegen hier 5 Milliarden Medikits rum. Ja, braucht jemand ein Medikit? Medikits? Die nehm ich mir alle mit. Hui, was denn das? SMG. Du wolltest so eine SMG haben wie sie, oder? Ja. Warte. Ich hab einen Medikit gefunden! Die hier. Die ist voll gut gegen die gegen die äh... Raupen, ne gegen die Kriegviecher die wir vorne... Also die hier in der Höhle sind. Mal gucken, Blast SMG. Da macht die echt viel Schaden. Ah, Explosionen, das ist ganz gut. Zwei Treffer und die sind tot. Zumindest war's bei mir so. Ich hab einen Medikit gefunden! Ich hab einen Medikit gefunden! Medikit? Wie kommt man denn hier hoch? Von der anderen Seite. Von der anderen Seite. Sollten wir nämlich dieses New New Ding aktivieren, dann spawnen wir hier und nicht ganz hinten an der Höhle. Ohhhh... Noch ein SMG. Brauchst du das? Sonst würde ich es auch nehmen. Ne, sogar noch das besser als das andere. Aber nimm ruhig wenn du es brauchst. Ne, passt schon. Nelly, passt du eins? Schon okay, ne. Nelly, passt du eins? Liegt schon wieder in so einem Claptrap wie ich. Warum hat's denn jetzt nneet 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 gemacht? So komisch Ja, müssen wir wieder ein Claptrap reparieren Was ist denn hier los? Oh, endlich wieder Oh, was? Wieso bin ich tot? Ich hab keine Ahnung Danke Wo sind die denn? Ich sehe auch gerade niemanden schießen. Ach dort. Hey, Miniaturschütze. So. Jetzt sind noch Schläger. Ja, klar. Klar, Kollege. Oh, irgendjemand dachte, ja. Und hier Granaten und Klebegranaten. So. Und dann... Claptrap, hey. Habt schon jemand mit dem geredet? Nee. Lost Cave. Na. Das Reparatur gibt es doch. Hier hinten ist noch eine... Ei. ...Betruhe. Dafür fast. Da ist aber nur Crap drin. Ja, genau. Wo man so schnell Schaden kriegt manchmal. Dafür wirst du bezahlen. Huch. Das war ich. Ja, das macht ziemlich viel Schaden. Das hat nämlich dem Psycho einfach mal komplett weggeballert. Ja, gegen die hier schon. Aber gegen die Skacks und so nicht. Na gut. Hier sind wir in den Kristallen. Müssen wir die verschießen. Ja. Ja. Müssen wir Munitionen, falls noch jemand braucht. Oh, Medikits. Geil. Ops. Was liegt hier? Entschuldigung. Die Spawns sind Beddies, ne? Hier liegt auch noch ein Medikit. Ähm. Jetzt haben wir eigentlich 38,550. Ich dachte, es wären in jedem 5 drinne. Komisch. Komisch, die machen genug. Die Medikits machen echt fast gar nix mehr. Ja, müssen wir bald wieder mal neue spawnen, irgendwie. Frag mich mal mit meinen 650 HP, wie viel die bei mir machen. Das bringt mir gar nix mehr, die einzusammeln. Ja. Wo gehen wir jetzt lang? Gehen wir dort hinter? Hier weiter, zu mir. Na, in die andere Richtung geht's halt auch noch. Ja, aber wir können erstmal hier lang gehen. Wir müssen eh dahinter, weil wir das Reparatur-Kit für den Claptrap brauchen. Jo. In die andere Richtung können wir dann alle mal noch gucken, wenn... Ja, müssen wir. Ja, kann sein, dass da der letzte Kristall ist oder so. Ja, das kommt bestimmt durch das Geeks, naja. Ja, das kommt bestimmt durch das Geeks, naja. Dann Feuerwaffe. So, meine Freunde. Das vermöbel ich euch mal offensichtlich, ja. So, dass ich wieder nix sehe, weil mein ganzer Bildschirm voll Elementareffekten ist. Der ist fast komplett weiß jedes Mal, wenn ich meinen Actionskill anmache. Was? Was? Ich verstehe irgendwie kein Wort, das ist so lauter. Ich hab gesagt, mein Bildschirm ist immer komplett weiß, wenn ich den Actionskill anmache. Ach so. Pass auf, der ist grad hinter dir her, vielleicht solltest du doch Easy nicht wieder wieder beleben. Danke. Bitte. Komm, Knall hat das Säure-Alpha. Burn, Baby burn, Klassenmordjäger. Nice. Fick Säureschaden hinzu. Guck mal. Wo denn? Liegt da irgendwo rum. Hier, das Gelbe hier. Ach ja, ich seh's da. Hä? Hm? Warum kann ich das nicht nehmen? Ist der Inventar voll? Kann ich mir gar nicht vorstellen, kann ich, vielleicht kann ich bloß eins zu dem es aufnehmen. Glaube ich nicht. Ah, doch, kann sein. Siehste? Ein Tauber voll. Yay. Bei uns hatte ich irgendwann mal 16 von 15, das ist ja, du, 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 das ist doch Bullshit. Hm. Die Lur. Oh, das ist einfach kaputt gegangen. War ja wieder klar, dass der Canyon ja genau von der Linse rennt. Als Nahkämpfer ist das halt meine Aufgabe. Was ist denn hier noch los bei euch? Knallharter Räuber. Brenn, du knallharter Räuber. Nein. Also verbrannt. Haben wir alle 50 Kristalle oder was? Ja, ich glaub schon. Wenn wir die nicht mehr... Ja, haben wir alle 50 Kristalle. Dann müssen wir jetzt nur noch Claptrap retten. Irgendwie lagst du ein bisschen. Ich? Ja. Oh, das ist nur bei mir, wie geht's, bei dir auch was? Was war denn das für eine Akte? Ja, ein bisschen, ja. Also im TS jetzt, oder? Nee. Doch. Ja, wie gut denn sonst? Was ist denn da in dem Spiel? Ach, Kenny, jetzt geht er mal wieder. Nee, nee, ich mein schon, tue jetzt. Ja, jetzt brauchen wir die Kette, blub, weil ich tut. So, Knallharter Schläger, Hilfe. Es dauert immer so lange mit diesem Scheiß-Nachladen. Komm her, Knallharter Schläger, es haut dir auf den Kopf rum. So, ich kenne ihn, was geht nach unten. Ah, hallo. Ausrasten. Alles kaputt, schlauern. Ich hab' ein Medikit entdeckt. Hast du ein Medikit entdeckt? Ja, ich würd' eins nehmen. Komm, sag dir so drauf. Braucht jemand ein Medikit. Ah, ich hab's repertet. Cool. Bei jedem so'n Warding-Doo. Da dauert trotzdem immer noch hier rüber gucken, wahrscheinlich, oder? Ist bestimmt noch irgendwas versteckt hier hinten. Meinst du? Irgendwas total Fancy-mäßiges. Ja, da hinten sind zwei Truhen. Ich schätze mal, hier kommt irgendwas wie ein Boss oder so. Ein riesen Mega-Boss. Nee, ein Alpha. Ah, genau. Brennt, ihr Alphas-Gags. Fucking hell. Ich sollte in Let's Plays nicht solche Charakter auswählen, wo man dann einfach nix mehr sieht die ganze Zeit. Ich mein, das macht zwar Spaß, aber irgendwie sehe ich nur Weiß und Flammen. Mehr nicht. Was? Was? Wie viele hier wieder sind. Und ich verstehe das nicht. Am Anfang war das nicht so laut, das Spiel. Jetzt ist es wieder übelst laut. Also jetzt haut es einem ja fast die Ohren weg, wenn man schießt. Wieder mal. Nein, von hinten kommt der, die Sau. Oh, wie viele sind denn das wieder? Hinter dir. Ah, ist tot. Fuck. Viele. Wir wollen ja auch an zwei Schatztruhen ran. Aber es geht doch jetzt halbwegs. Guck mal, wir sind schon drei Level höher. Ja, stimmt schon. Wir sind halt gepanzert. Was willst du denn machen? Och, ey. Das wird nie wieder aufhören, Leute. Feuerschein, wenn die echt übel was. Ja, ich sag ja. Da habe ich keine Waffe mit Feuerschein. Wann seid ihr Level aufgestiegen? Grad eben. Also vorhin, grad. Vor einer Sekunde oder so. Keine Muniz. Dann häng ich jetzt vielleicht auch nicht mehr so leute. Aber ich will es nicht zu früh sagen. Vielleicht kommt doch noch was. Ne, wir können die Drohne aufmachen. Gucken, was drin ist. Crap. Wie es aussieht, ja. Und. Die könnte ich mal ausprobieren, ja. Also bei mir legst du echt. Beim Reden. So ein bisschen. Klingt so ein bisschen metallisch. Echt? Und du atmest, Carthia. Entschuldige bitte. Irgendwie ist meine Nase ein bisschen zu. Ich weiß auch nicht, wieso. Gut. Damit hätten wir die Folge auch schon wieder abgeschlossen. Zack, die schwupp. Das geht recht fix. Und. Doch ein wunderschöner Blick hier auf ungefähr totes Gags. Ja, ungefähr eine Milliarde totes Gags. Ein schönes Ende. Gut. Dann können wir in der nächsten Folge den Claptrap noch reparieren. Und dann gehen wir die Schockkristalle zurückschaffen in die Arid Badlands. Und dann können wir sogar endlich das Finale des Todeskreises probieren. Da loslegen. Wenn wir wollen. Wenn ihr da Bock drauf habt. Mal schauen. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.